Ich lerne Deutsch. Nummer 15.642 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Teamarbeit ist der Schlüssel zur Erreichung des Verkaufsziels. Wir sind diesem Ziel sehr nahe. Teamarbeit ist der Schlüssel zur Erreichung des Verkaufsziels. Wir sind diesem Ziel sehr nahe. Teamarbeit ist der Schlüssel zur Erreichung des Verkaufsziels. Wir sind diesem Ziel sehr nahe. In einem respektvollen Umfeld fühlen sich Menschen wertgeschätzt. In einem respektvollen Umfeld fühlen sich Menschen wertgeschätzt. Wir essen hauptsächlich Obst und Gemüse, das wir auf dem nahegelegenen Biomarkt kaufen. Wir essen hauptsächlich Obst und Gemüse, das wir auf dem nahegelegenen Biomarkt kaufen. Wenn du mich um 18 Uhr abholst, können wir pünktlich losfahren. Bildung schafft Verständnis und Respekt in der Gesellschaft. Wir haben einen neuen Mitbewohner bekommen. Er muss sich noch an uns gewöhnen. Aber ich denke, das wird nicht lange dauern. Die Planung einer Überraschung erfordert Diskretion und Aufmerksamkeit für die Vorbereitung. Die Planung einer Überraschung erfordert Diskretion und Aufmerksamkeit für die Vorlieben der Person. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.